Und dann sind wir wieder. Wir sind offscreen mal hierher gewatschelt. Und ja, kümmern uns jetzt hier so ein bisschen wie Möpschen. Und hier. Oh wow. Hier sind schon die ersten. Ich weiß nicht. Doch, die müsstest du eigentlich, glaube ich, auch brauchen. Ja, ja. Was haben sie denn da? Okay. Sehr schön. Hier könntest du, glaube ich, eine Stoffdrolle für die sandigen Hügel haben, falls du die mit aufnehmen kannst. Da muss ich einfach mal kurz mein Vieh wegmachen. Weil ich natürlich nicht kann, weil mein Inventar voll ist. Ich kann aber auch nichts fallen lassen. Hä? Also das Vieh kannst du oben bei Autopickup irgendwo ausschalten. In der ganzen Liste und unter dem Inventar, unter dem Kreisel, ganz rechts, ist so ein kleiner Button, wo off oder on stehen müsste. Ah ja, jetzt ist offline. Und dann kannst du jetzt auch wieder wegschmeißen und du kannst aufnehmen. Und das hier brauche ich nicht. Hä? Okay. Ein paar Sachen auf den Inventar schmeißen. Okay. Tun wir dies. Bin dabei. So. Und der Hut. Dieses Mal und aufsammeln. Mal und irgendwas. Mal und wo? Was soll das heißen? Was? Ich weiß ja nicht. Ich muss das mal vor. Deswegen habe ich schon... Was denn? Ach denn mein Kustgedöln? Du nuschelst so vor dich hin Ne, ich gucke nur Was ist doch eigentlich hier drin stehen Na gut, ich gebe jetzt mal hier eine Quest ab Ach, oder sind das vielleicht einfach nur diese Malung Klagenbogen Wahrscheinlich Dann mach das Wohlsinn So, warum? Ich will doch nur Ah, gut, fast geschafft Fast geschafft Was willst du denn? So, ich nehme mal an, ich hier brauchst du, ne? Ich glaube, diese Bögen musst du auch sammeln Wie der, der hier liegt Oh, Feuer Ich gucke gleich Ja, müsste eigentlich so sein, weil ich kann die nicht aufnehmen, glaube ich Hier liegt auch wieder einer Ja, ist richtig Ja Ich kann die nicht aufnehmen Ja, sowohl töten als auch aufnehmen Mir ist das leider nicht gestattet Ja, passt Und die sind jetzt hier überall irgendwo einzeln verteilt Das macht sie Ja, hier sind welche, die ich brauche Uh, endlich mein Level Up Mein wohlverdientes Da vorne ist wieder eine Bogenschützin Da vorne ist wieder eine Bogenschützin Warte Ich brauche dieses komische Siegel Äh, da Da ist auch noch ein Siegel Das habe ich irgendwie verpeilt mitzunehmen Ja, guck mal vor Jetzt guck mal vor Du meinst mal auch ein bisschen öfter Ja Da ist deine Bogenschützin Herr Trolla Gogen liegt auch schon für dich bereit ? Ja, die sind sehr, ja gesätligen hier Da hinten ist wieder eine einzimmeln Klingentlich schon irgendwie zusammen Ich bin ja bei dir Das schaffen wir wohl. So, ich brauche auch nochmal. Aber nur deine... Dein Siegel, welches du mir nicht geben willst. Das ist der falsche Siegel. Oh, die brauchen Siegel. Warte nehme ich ja gerne, aber... Du brauchst doch nur ein Siegel. Ist das denn so schwer? Vielleicht. Oh, aber eine neue Karte habe ich gekriegt. Das ist gut. Eine neue Karte ist immer gut. So, da hinten ist auch wieder eine Bogenschützin. Aber wirklich viele gibt's hier echt nicht. Nee, irgendwie nicht. Wahrscheinlich haben sie heute alle Ausgang. Ja. Das kann sein. Aber... Nicht, dass dein Bogen dann verschwindet, wenn ich den kille. So. Da müsste wieder ein Bogen liegen. Ja. Hinterlass doch mal ein paar Siegelchen. Was ist denn da das Problem? Wir wollen nicht. Nee, aber überhaupt nicht. Und... Okay, nee. Hier hinten ist auch noch ein Bogen. Ah. Ja. So. Oh, ich brauche ich auch noch. Oder? Ah, nee. Nee, ich brauche ich doch nicht. Hupala. Warum wurde mir das denn immer angezeigt? Oh. Oh. Wahrscheinlich dann irgendwo einer... Im Hintergrund? Ach ja. Ja. Tatsache. Nein. Nein. Ja. Dann kommen wir wieder zurück. Ich glaube, hier werden wir nur getötet, wenn wir da weitergehen. Wie viele Bögen brauchst du noch? Einen mehr. Einen mehr. Ich hole noch mal zwei normale von diesen Negaton-Dingern, weil... War wohl scheinbar eine wiederholbare Quest. Ja, okay. Dann laufen wir gleich zurück. Ich muss da erstmal noch zu den Bäumen und Federmäuse. Wenn's okay ist. Ja, sicher. Hier. Wie kommt man hier runter? Nein. Kommt man nicht. Schade. Ich will sie jetzt hier nämlich nicht einfach aufschrecken. Okay. Dachchen. Ruheloser. Baum. Geil. Was auch immer. Baumbart. Baumbart. Um noch mal eine Verbindung zu Herr der Ringe herzustellen. Ja, ich weiß, wer das ist. So ganz unbewandt bin ich dann ja doch nicht. Ja, ich bin mal gespannt, ob der in Herr der Ringe online vorkommt. Und wenn, wie er da aussieht. Das stelle ich mir irgendwie cool vor, oder? Wir werden es sehen. Da halt auch eben nicht, je nachdem, ob es ihn gibt oder nicht. Aber wer hätte schon was. Aber so weit kommen wir am Donnerstag glaube ich ja weniger. Wie? 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 Unbewandt von vorigen Wir hocken ja immer noch im Maulenland. Bei den Hobbits. die uns von A nach B nach C nach D schicken. Jetzt bräuchte ich irgendwie noch mal Fledermäuse, aber ich will jetzt leider kurz warten. Wir sind einfach zu schnell. Hast du auch einen gesparten Angriff? Das stimmt. Bald habe ich noch mehr davon. Also zumindest gibt es mindestens noch einen. Ich weiß ja bisher nur meine Fähigkeiten bis Level 60. Okay. Es sind aber ein paar nette dabei. So, glaube ich wohne. Womit ich den Viechern später schon den... Alter, wer das so versuchen kann. Den Arsch. Mensch, sowas sagt man doch nicht. Ja. So, kurz die Karten öffnen. Das war eine unwichtige Karte. So, ich weiß gar nicht, wie viele Fledermäuse brauche ich noch. Zwei. Zwei Fledermäuse brauche ich dann noch. Ja, kriegen wir ihn. Kriegen wir ihn. Wie nah bist du an deinem nächsten Aufstieg dran? Das dauert noch. Ich hatte erst. Okay. Komm her, du kleines. Wichtiges Fledermäuschen. Da gibt es einen Orden, den du musst. Der hier noch. Der hier noch von diesen zwei normalen Mega-Dienern. Ja, aber danach meine ich. Vielleicht nochmal nachgucken. Säckchen. Ja, ja. Schlagst du mich erstmal? Kommt mit. Kommt mit. Wunderbar. Und hast du deine zwei? Ja. Sehr schön. Ich es eben hab. Warte einmal kurz, einmal kurz ins sichere Gebiet. Ja. Nicht, dass wir uns hier die ganze Zeit angreifen. Während ich ganz so schön. Das stimmt. Ich meine, da kann ich meine in Ruhe auch gleich abgeben. So, ich nehme mich hier nochmal mit. Und Schüss. Und hier vorne sind wir sicher. Der Bogen ist irgendwie cool. Erinnert mich so ein bisschen an eins der Schlüsselschwerte von Herr Daringer. Genau, von Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, ja, stimmt. So ein bisschen. So. Mit Quiz abgeben. Da so weiter geht, habe ich bald das nächste Level ab. So. Okay. Na, wir könnten nochmal in den Turm. Hm. Sechste Etage. Warum kann ich denn das Ding hier nicht abgeben? Achso, ich sollte mein Inventar leeren. Okay. Ja gut, dann tue ich das nochmal kurz. So. Wunderbar. Inventar ist geleert. Noch irgendwelche Quiz, die ich abgeben kann? Nee. Aber ich habe welche, die ich annehmen kann. Vielleicht ist da auch wieder was für ein Turm drin. Okay, nee. Jetzt einmal noch mehr ruhelose Bäume. Einmal Mara. Ach, diese Stäbe. Also eine Turmaufgabe wieder. Das und das. Okay. Ja, dann können wir ruhig in Richtung Nebel weit gehen. Gut. Richtung Türmchen. Machen wir das doch. Wo renne ich denn hier hin? Wie mein Bogen einfach mal Fehlern verliert. So, einmal in den Nebelwald. Ah. Ah, dann kann ich einmal kurz Steine kaufen. Ich habe kaum noch welche. Uff, kann ich schon. Oh ja. Maximum 90. Ich war bei 40. Und bei dem anderen bei 12. Der kenne ich ruhig. Ein paar neue Sachen kaufen hier. Ich glaube, sonst könnte ich da im Turm ein paar Problemchen kriegen. So minimal. Das würde sein, ja. 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 Dieser Scheiß-Stuhl. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Ja, das hier. Das brauche ich nicht. Das brauche ich ebenso nicht. Das auch nicht. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Was habe ich hier überhaupt alles für Karten noch? Ich habe Karten, von denen ich weiß, dass ich sie habe. Okay. Oh. Ah, nee. Okay. Irrücken. Irrücken. Oder Keeving. Brauche ich nicht. Wo war noch eine? Da ist noch eine Karte. Auch eine Unnütze. Okay. Wir können zum Turm. Machen wir das. Ich habe nur weißt, dass Höschen. Ja, ich habe eben das versehen, einfach so mit der Maus so hochgeschwappt. Dann ist mir das da so ein bisschen aufgefallen. Hochgeschwappt. Aber so im Winter ist das so ein bisschen sehr frisch, was die Kostüme hier betrifft. Ja. Aber ich glaube, es könnte etwas kühl werden. Ein bisschen maifrisch. Bisschen. Willst du dir den Ausblick angucken? Nee, eigentlich nicht. Hier, hier. Hier geht eine unsichtbare Treppe lang. Nur für dich. Sag Gott, einmal rot jetzt schmeißen. Ja, hier gibt es ja keinen Fallschirm. Keine nirgendswo runterfallen. Und der mit dem gebrochene Bein weiterlaufen. Ja. Gibt es ja hier alles nicht. Nein. Aber das Spiel hier ist ja auch nicht brutal. So, in den Turm hinein. So, Attacke ist schon mal ausgewählt. Hier bräuchst du keine Karten mehr, ne? Äh, zumindest nicht von den Viechern, ne. Den Impfen müsste ich eigentlich haben. Schleim. Schleim. Von Schleim brauche ich noch eine Karte. Magiebücher brauche ich hier auch. Was ziehe ich eigentlich? Schleim habe ich gar nicht. Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Aber später erst. Es kann sein, dass du die Dinge hier entsammeln musst. Hier rumliegen. Bin mir aber nicht sicher. Und? Ich setze das nämlich bei mir nämlich auch gerade. Mir wird es allerdings nicht angezeigt. Aber selbst wenn, da du Tränke herstellst, ist das sowieso gar nicht so schlecht. Das ist nämlich Spitzenqualität. Die solltest du, wenn möglich, nicht wegschmeißen. Wegschmeißen oder du behalten. Genauso wie das hier, glaube ich. Die Dinge auch? Ja. Weil davon kannst du dann später, glaube ich, äh, die kannst du dann für deine Tränke benutzen. Ah. Und du bist ja für die Tränke verantwortlich. Uh, der, der erste Golem. Den kriege ich auch noch ganz gut, glaube ich. Na, halbwegs. Ich bin mir ein bisschen der Heilungskraft durch von dir. Klar. Wenn es zu riskant wird. Ich bin mir ein bisschen der Heilungskraft. Okay. Okay. Aber bisher geht's ja. So, den Seelenstau brauche ich, Edelsteinstau brauche ich auch, uh, an der Armbrust. Das restliche sind für Tränke. Das hier brauche ich. Und was bist du für eine Karte? Nervous bist du für eine Karte. Ich wollte mich erst freuen, aber es ist eine A-Schleimkarte, freue ich nicht. Warum habe ich überhaupt schon wieder so viele Karten? Noch eine Schleim-A-Karte, ich habe nur einen Schleim aufgenommen. Ach ja, es wäre ja so schön, wenn man mal das bekommt, was man möchte. Aber nein! Alles wird dann verwehrt! Nicht gekriegt! Hallo! Könnte vielleicht mein Angriff mal wieder kommen? Jetzt. So. Das war's. Theoretisch. Theoretisch. Ich muss noch weiter. Oh, kein Problem. Muss leider, leider im Namen Gottes noch weiter. Was wird's denn? Oh, nichts. Kalt. Buh. Kalt? Nee. Echt nicht. Das kannst du auch aufnehmen. Okay. Ja, es wird später für dich wichtig, dann. Kannst du dir dann die ans Lager packen? Jo. Ich kann auch. Weil das sind halt seltene Items. Nach Level 70 kommst du hier halt nicht mehr rein, deswegen solltest du von den Sachen so viel mitnehmen, wie es geht. Das stimmt. Wie ich halt zum Beispiel den Seensteinstaub und Edelsteinstaub und sowas. Das sind Sachen, die... Ich... Brauch ich. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Mal gucken. Aber ich muss, glaube ich, noch bis nach dem Staub rollen. Beim Staub rollen sind wir ja das letzte Mal, ähm, verendet. Vielleicht. So könnte man das wohl ausdrücken. Na gut, aber da war ich, glaube ich, zwei oder drei Level drunter. Ungefähr? Ungefähr? Oh, glaube ich. Na gut, er ist immer noch Stufe 35, also. Ja, gut. Stimmt. Oh. Wie gehen wir vor? Dann denkst du mir diese Bücher da erstmal ansoffen, oder? So. So. Hallöle Staub-Golem. Bitte bringen Sie mich nicht um. Oh. Ja. Oh. Oh. Oh, das ist ja sehr nett, wenn er das nicht tun würde. Sollte aber klappen. So, wenn deine Leiche jetzt verschwinden würde, wäre das super für mich. Ach, der wäre toll. So. Den habe ich zumindest jetzt schon mal, aber ich glaube, ich muss noch eine höher. Ich brauche hier, glaube ich, noch irgendwelche komischen Stäbe. Okay. Danach. Sind wir zumindest mit diesem Part durch. Guck, du, der letzte für heute. Hier sind meine Stäbe, die ich brauche und die töten mich wahrscheinlich jetzt. Oh ja, komm, 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 komm. Ui, die geht weg. Ja, so. Was? Okay. Das waren die, die ich brauchte. Oh, nächstes Level ab. Uh, jetzt bin ich wieder fünf Lewin-Party. Ich kann wieder deine Meisterin sein. Tsch. Wie ist es? Gut, äh, dann beende ich hier kurz den Part. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. 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 Guسم. Tschüss. arooat complementinnen. contribute. Vielen Dank.